Tja, hier ist mein Wochenendeinkauf. Aldi, Bananen, Melone, Tomaten. Tja, wieder mal Käsetorte. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Und das sind ja Mini-Hefe-Schnecken. Hab ich zum ersten Mal gesehen heute im Angebot. Naja, das ist übliche Kappelsahne, Fanta. Das war auch im Angebot, Bockwürste. Ich überlege, ob ich heute eine Bockwurst zum Mittag esse. Oder so eine Nudelfrikadellenpfanne. Da hab ich eine Salami geholt. Also ein kleines Bauernbrot. Der berühmte Käsetwister. Eine Schruppe. Falls ich doch eine Bockwurst esse. Naja, natürlich der berühmte Hexenbecher. mit Löffel zum Sammeln. Naja, ich brauch keinen Löffel mehr. Ich geb meinen Löffel bald ab. So, na, das war halt. Ja, mal gucken, was der Paule macht. Der sitzt da auf dem Balkon. Der Püppi wird nicht im Traum eingefallen, wenn ich das Essen auspacke, dass die auf dem Balkon sitzt. Das war Paule. Junge, Junge, Junge. Kleiner Kater. Der Paule. So, ich werd noch mal kurz hinsetzen. Tja, Paule hat keine Lust, wa? Ja, ich war gestern beim Kardiologen. Äh, wie hieß das nochmal? Ultraschall machen. Herz. Naja, mein Herzkatheter ist in Ordnung. Der ist schon acht Jahre alt, hab ich jetzt schon. Ist in Ordnung. Stens O. Naja, außer mein COPD, also die Lungenkrankheit. Ansonsten sagt er, ist soweit alles okay. Ich brauch in zwei Jahren es wieder hin. Also, das heißt, ich lebe noch zwei Jahre. Tja, so schnell kriegen sie mich nicht unter der Erde. Das war Paulchen. Das Graswasser, das schmeckt doch wieder sehr gut. So eine Art Katzenwodka. Naja, hab ich gleich ein Video für jetzt. Will ich gleich drauf machen, denn ich hab ja nichts. Ich denke mal, das war's. Tja, wir haben jetzt auf den Freitag, muss ich sagen. Und noch ist jetzt sehr ruhig. Oder die Firmen haben alle Pleite gemacht, das ja keiner mehr langfährt. Wundern würde mich das nicht. So. Ja, Pauli nimmt noch einen Schluck. Doch Katzenwodka. Ja, ich hab einen neuen Akku drinne. Was heißt, einen neuen? Einen alter. Aber den hab ich schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Mal sehen, ob der etwas länger hält. Aber wie ich sehe, auch nicht lange, hab bloß noch zwei Striche drauf. Also, ich muss unbedingt einen Akku. Und die Dinger kriegst du nicht zu kaufen, die musst du bestellen. Und ehr der Zeug ankommt, ist die Kamera kaputt. Gut, genug gelabert. Fünf Minuten.